Hallo zusammen, wir freuen uns auf die Hamburg Open. Deutsches Turnier, immer cool dabei zu sein, schöner Start, schöne Anlage, Konkurrenz natürlich groß wie immer. Wir wollen um Titel mitspielen, aber wir versuchen erstmal die erste Runde zu gewinnen, da die Konkurrenz sehr stark ist. Und Richtung Davis Cup schauen wir mal, dass der Teamchef dann nominiert. Wir haben ja noch fast ein halbes Jahr Zeit und jetzt freuen wir uns erstmal auf Hamburg. Ciao!